moin leute was geht mein name ist der junge zocker auf der playstation 3 und willkommen zu einem neuen video oder auch youtube gamescom wie es drehen wollt und wenden wollt single player spiele ich warum mache ich das ja ich wollte ja eigentlich euch eigentlich eine coole runde online bieten nur das problem ich war schon am heliport alles super schön plötzlich muss da ein typ auftauchen mit einer bazooka und schießt mir die ganze zeit die helis ab habe ich gedacht hey moin moin bruder ja ich gehe mal raus hat sich bestimmt geärgert wir sehen hier nicht nur einen afrikanischen berggeier ach leute ich musste mal niesen so sorry also wir machen heute mal einen doppelabschuss ist natürlich sehr schwer man könnte jetzt auf den kopf zählen da würde ich aber nur einen erwischen aus dem grund gehen wir in den brustbereich und schießen einmal ab und auf jeden fall ist das ein ganz ganz toller schuss den wir gemacht haben und das wild musste nicht leiden jetzt gucken wir das mal an hier das wild what the fuck alter so was habe ich noch nie erlebt leute 1 2 3 kills mit einem schuss leute moin moin und jetzt gucken wir doch mal die afrikanischen berggeier an die hier gerne rumschwirren das ist so einer äh der will nicht bam jawoll so also gehen wir mal nach oben so also hier oben sind wir nämlich gut aufgestellt da oben gibt es nämlich coole motorräder wir haben ja noch ein fallschirm am start das ist ja sehr sehr geil moin moin wie geht's dir jack so kann man da durchgucken ja man sieht wunderschön die skyline von los santos ganz ganz schön aber wir sind hier nicht wegen der schönheit sondern wir sind hier um spaß zu haben und da steigen wir jetzt mal hier drauf so helm und zwar machen wir jetzt einen richtig krassen stunt und stunts kann man wirklich viele machen hier man kann wirklich sehr kreativ sein man könnte es hier runter fahren aber es gibt einen berg eine einen abhang der wirklich bock macht da fahrt jetzt hier runter scheiße alle warte 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 einfach hier an dem hang und haben jetzt die möglichkeit wieder auf das motorrad zu steigen und runter zu cruisen ist das nicht geil leute und wir sind richtig schnell wenn ihr den berg runter rast erreicht ja locker 250 stundenkilometer und das geht ab wie zäpfle sag ich euch das geht ab wie zäpfle das geht ab scheiße ja habe ich mir fast gedacht dass ich tot bin aber wir hatten ordentlich speed drauf auf der ganzen strecke so das gucke ich noch mal hier nimm bitte an ja ich konnte dich leider nicht annehmen weil ich leider zu viele freunde habe viel zu viele freunde geht gar nicht mehr youtube 2015 ich ach 2015 möchtest du mit youtube anfangen finde ich cool finde ich finde ich cool dass du mit 2015 anfangen willst ist aber noch ein jahr hin glaube ich genau aha da bin ich wieder und da hatte ich auch mal etwas gemacht wo ich für viel aufsehen gesorgt habe auf youtube indem ich einfach diesen hund getötet habe jo ich habe einen hund getötet na und wenn ich jetzt so einen mensch abknall ist natürlich nicht so wichtig als ein hund der hund ist natürlich wichtiger auch der arme hund gell die zwei typen ist doch egal scheiß drauf so also was machen wir jetzt jetzt gehe ich mal zum friseur guck euch mal an was ich mir hier schneiden habe lassen katastrophe so wir machen aber nicht hier einfach so einen friseuraufenthalt sondern wir gehen da rein und ballern die alle ab jetzt pass mal auf wo ist der friseurladen moin 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 oh gott ich dachte komm hallo so ich will dich doch nicht einfach abknallen ich bin doch kein böse böser mensch hier Herr kurz hat geschlossen Herr kurz what the fuck dann gib mir wenigstens ein paar aha scheiße ja man es ist persönlich gemeint oh das soll man sagen äh der mensch scheißt kein geld so das war es eigentlich schon wieder und let's play together GTA 5 ich hoffe es hat euch gefallen Leute bis zum nächsten mal euer youtube gamescom auf der playstation 3 bleibt mir treu und ciao 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 ich bin 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 ich bin